Hi, ich bin Mia und das ist Corinne. Und wir testen also die Fahrgeschäftsdorf im Kuppelmarkt. Das macht mir Leute, der gar nicht ernst. Denn ich weiß, wo du es sein kannst. Und mein Mann, das ist doch ein Fischwinger. Das ist doch ein Fischwinger. Und mein Mann, das ist auch ein Fischwinger. So ist die Frau. Sieh, du hast was, du hast es da. Ich bin jetzt mit dem Fischwinger. Es wird nur die Nacht im Nächsten im Kuss. Du hast es. Also, wir haben alle Fischwinger, Vielen Dank für's Zuschauen! Also wir haben jetzt gerade den 4MAX und den Skater getestet und ich fand die beiden jetzt sehr spaßig und viel Aufregung und Action. Ich kann mich dem nur anschließen. Bei 4MAX fährt die Fahrt vielleicht ein bisschen kurz, aber dann auch sehr spaßig und auch sehr hoch. Ah jeweils mal drin, ne? Ja, Samahas, das war aber so. Are you ready to bring youruelto? Ich wollte gleich spielen. Was? Hase, Hase. Hase! Spannende Musik Wir waren gerade eben noch in Avenger und der Alpinermann. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht, zwar viel Action und ja, im Großen und Ganzen hat uns der Tag sehr viel Spaß gemacht mit viel Abwechslung und viel Action. Und wir können euch das alles empfehlen.